ja hallo und herzlich willkommen auf dem kanal von planet firework freunde heute gibt es ein zweites test video von mir und dabei geht es um die batterie black ice in der aktuellen charge ihr wisst ja ich war ja dieses jahr also sprich 2018 auf dem vorschießen von lidl das erste was es gab und da habe ich die aktuelle produktion davon gesehen 16 99 47 schuss absoluter klassiker und die erste 500 gramm cake auch in gefächerter schussform die lidl aufgenommen hatte damals ist auch halt eine xxl cake wie gesagt ein absoluter klassiker sehr sehr gern gekauft und auch absolut immer noch empfehlenswert für das counter eine absolute bereicherung und ich hoffe dass die uns noch lange erhalten wird aber sieht man selber so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020